Das wird ja immer verrückter in der Prognose. Schneemassen werden da zeitweise berechnet für die Weihnachtsfeiertage, aber auch die nur in einem ganz kleinen Streifen einmal quer über Deutschland, vor allen Dingen im Norden Deutschlands. Das schauen wir uns gleich mal in diesem Video an. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter bei wetter.net am heutigen Dienstag. Zwischen Schnee, Chaos und Frühlingsluft, so kann man wirklich das Wetter über Weihnachten 2021 bei uns in Deutschland beschreiben. Heute Morgen erstmal, da war es schon sehr winterlich kalt in Oberstdorf. Minus 15,3 Grad, Reit im Winkel, minus 12,8 Grad, München minus 7,8 Grad, Erfurt in Thüringen minus 7,2 Grad, Montabau in Rhein-Pfalz minus 6,8 Grad und Herzberg minus 6,5 Grad. Verbreitet also Frost heute Morgen in Deutschland. Ja, und der ist auch ein bisschen nötig, denn die Temperaturen sind momentan für Dezember doch deutlich zu hoch. Das hier ist die aktuelle Bilanz bis einschließlich gestern. Die mittlere Temperatur liegt im Dezember bei 2,8 Grad aktuell und das ist 1,6 Grad bisher über dem langjährigen Klimamittel. Beim Niederschlag wurde das Niederschlag Soll erst zu 41 Prozent erreicht. Es ist also ein sehr trockener Monat bisher. Beim Sonnenschein haben wir es bisher auf 20 Sonnenstunden gebracht und damit ist das Monat Soll auch erst zur Hälfte erfüllt. Ja, und die Schneehöhenprognosen, die sind wirklich aberwitzig, die sich da andeuten. Hier mal die Prognose von gestern Abend vom amerikanischen Wettermodell. Die Schneehöhen für den zweiten Weihnachtsfeiertag abends. Und wir sehen demnach hier vor allen Dingen Schnee über der Mitte Deutschlands von Rheinland-Pfalz über das Rhein-Main-Gebiet bis nach Thüringen, Nordbayern. Da hätte es teilweise Schnee geben sollen. Da wurde nämlich die Luftmassengrenze ziemlich weit südlich berechnet. Aber nur sechs Stunden später, da wurde das Ganze wieder nach Norden geschoben. Das hier ist die Schneehöhenentwicklung bis zum zweiten Weihnachtsfeiertag nach dem gestrigen 18-Urlauf. Ja, und wir sehen kein Schnee mehr hier über dem Rhein-Main-Gebiet. Aber hier in Norddeutschland wieder 20 bis 30 Zentimeter Schnee. Das hatten wir alles schon. Ist natürlich ganz schön übertrieben. Wahrscheinlich mal locker 10 bis 15 Zentimeter zu viel Schnee obendrauf gerechnet. Aber der 18er hatte es wirklich in sich. Ein paar Tage später mal in die nächste Woche hineingeblickt. Und man mag es kaum glauben. Über 70 Zentimeter Schnee wurden da berechnet. Richtung Sachsen-Anhalt beispielsweise. Drumherum 40 bis 50 Zentimeter Schnee. Bis nach Sachsen 40 bis 45 Zentimeter Schnee. Also da wage ich mal die Aussage, das war wirklich ein krasser Ausreißer in Sachen Schneehöhen. Und total übertrieben. Das hatte fast schon was von Comedy. Heute Morgen das Ganze wieder deutlich entspannter. Vom heutigen Frühlauf bei den Amerikanern. Die Schneehöhen für den zweiten Weihnachtsfeiertag immer noch im Norden. Wahrscheinlich der Schwerpunkt der Luftmassengrenze. Deswegen wird hier immer wieder Schnee berechnet. Vor allen Dingen im nördlichen Teil jetzt von Nordrhein-Westfalen, in Niedersachsen bis nach Sachsen-Anhalt, Sachsen rüber. Da wird jetzt Schnee berechnet. So 10 bis 12 Zentimeter sind hier entlang der Luftmassengrenze möglich. Aber ich sage es nochmal, Vorsicht, Vorsicht. Diese Schneehöhenberechnungen sind wirklich sehr, ja, ich würde mal sagen, manchmal ein bisschen weit hergeholt. Wir blicken mal auf die Ensemble-Prognose, auch für den Norden des Landes. Dort soll ja die Luftmassengrenze liegen. Und die ist wirklich ein Zickzack, ein Hin und Her. Die Ensemble-Prognose für die Temperaturen in zwei Metern Höhe sehen wir hier. Zunächst genau an Heiligabend, auch im Norden nochmal sehr mild, 5 bis 6 oder 7 Grad. Und dann rauschen die Temperaturen in den Keller zum ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag so um die 0 Grad. Aber wir sehen auch, da hat sich wirklich ein sauberes Cluster gebildet. Da gibt es Berechnungen, die bleiben hier oben bei 5 bis 10 Grad, auch über Weihnachten. Aber dann auch einzelne Berechnungen, die runter auf bis zu minus 10 Grad. Da sieht man also, diese großen Unterschiede sind immer noch vorhanden, nur wenige Tage vor dem Weihnachtsfest. Und danach, nach Weihnachten geht es wahrscheinlich im Mittel eher kühl weiter. Temperaturen im frostigen Bereich im Norden, aber auch da gibt es immer wieder enorme Ausreißer. Teilweise später über 10 Grad, aber auch Ausreißer nach unten bis auf fast schon minus 15 Grad. Es ist weiterhin sehr unsicher. Das Thema Luftmassengrenze könnte uns wahrscheinlich bis ins neue Jahr verfolgen. Doch blicken wir nun mal auf die aktuelle Entwicklung, auf den Luftmassenströmungsfilm. Und das Hochanni zieht sich langsam hier aus Deutschland zurück. Und das macht dann den Weg frei für wechselhaftes Wetter Richtung Heiligabend. Ja, und die Luftmassengrenze baut sich nach und nach in den kommenden Tagen einmal quer über Europa auf und liegt dann später einmal quer über Deutschland. Wir haben hier noch die sehr milden Luftmassen in der Höhe, aber hier die sehr kalten Luftmassen. Und so langsam schieben sich die milden Luftmassen Richtung Deutschland. Und die kalten Luftmassen halten später aus Nordosten noch dagegen. Und das sehen wir hier. Die Entwicklung an Heiligabend, die Luftmassengrenze hier ganz weit oben im Norden. Da sind in der Höhe noch kühle Luftmassen unterwegs. Aber auch die reichen nicht aus für Schnee am Heiligabend. Weiter nach Süden teilweise bis zu 5, 6 Grad plus in 1500 Metern Höhe. Ja, und danach kommt der erste Weihnachtsfeiertag. Und damit kommt auch die Kälte aus Norden zurück. Schiebt sich langsam so Richtung Landesmitte. Und wir haben hier nach Norden dann teilweise Temperaturen um die minus 5 bis minus 8 Grad in 1500 Metern Höhe. Zugleich aber hier im süddeutschen Raum bis zu plus 6 oder plus 7 Grad in 1500 Metern Höhe. Ja, und zum zweiten Weihnachtsfeiertag liegt die Luftmassengrenze einmal hier von Bremen über Hamburg, Kiel bis nach Berlin. In diesem Sektor könnte es irgendwo Schneefälle bis in tiefe Lagen geben. Und deswegen auch zum zweiten Weihnachtsfeiertag weiße Landschaften sind hier durchaus möglich. Nach Süden ist es eben meist nur der Regen. Da bleibt es einfach zu mild. Wir schauen mal die nächste Woche rein nach Weihnachten, den Dienstag. Und da sehen wir auch immer noch milde Luftmassen hier im süddeutschen Raum. Insgesamt auch hier im Norden nicht mehr ganz so kalt. Also auch da suppt so ein bisschen die milde Luft rein. Nächste Woche ist die ganze Sache wieder eine sehr unsichere Kiste. Und noch der Blick auf Silvester, den Jahreswechsel. Und da wird schon wieder die nächste Grenzwetterlage in den Wettermodellen angedeutet. Demnach hier im gesamten Nordosten extrem kalt. Minus 10 bis minus 12 Grad in 1500 Metern Höhe. Und dann wird es deutlich milder nach Südwesten. Und hier würde dann quasi ein Niederschlagsband liegen. Genau an Silvester. Und auch das brächte auf der einen Seite zum Teil kräftige Schneefälle Richtung Frankfurt. Nürnberg, Franken rüber bis in den Bayerischen Wald. Auf der anderen Seite wäre es aber meist nur Regen, der fallen würde. Denn da wäre es einfach zu warm bzw. zu mild. Also wir sehen, die Sache mit der Grenzwetterlage, die könnte uns noch einige Zeit weiter beschäftigen. Zum Schluss der Blick auf die Ensemble-Prognosen für die Mitte des Landes bis zum 6. Januar. Und es bleibt dabei in der Mitte erstmal mild über die Weihnachtsfeiertage. Nach Weihnachten auch hier vermutlich kälte zumindest ein erster Trend. Aber auch diesen Trend hatten wir schon öfters in den vergangenen Wochen. Und am Ende wurde er wieder weggerechnet. Also da ist noch ein Fragezeichen dahinter, ob es wirklich ein kalter Jahreswechsel mit Schneeoptionen werden wird. Das müssen wir weiter abwarten. Wir blicken nach Süddeutschland. Auch hier eine ähnliche Entwicklung. Erstmal relativ mild in den tiefen Lagen, in den Niederungen über die Weihnachtsfeiertage. So 4 bis 5, teilweise 6 Grad plus sind hier möglich. Und dann auch hier zum Jahreswechsel langsam kälter. Ab und zu kann es Schneefälle geben. Und kalt würde dann auch das neue Jahr im Süden des Landes starten. Der Blick noch nach Ostdeutschland. Auch hier die gleiche Nummer. Immer zunächst relativ mild zum Heiligen Abend und auch zum ersten und teilweise noch zum zweiten Weihnachtsfeiertag. Aber da sehen wir hier schon, ist die Unsicherheit schon extrem groß. Schon ab dem ersten, zweiten Weihnachtsfeiertag, da spaltet sich das Ganze ziemlich auf. Es gibt einzelne Berechnungen, die gehen Richtung 10 Grad plus. Und andere, die rauschen runter Richtung 10 Grad minus in zwei Metern Höhe. Also auch da gibt es immer noch ganz schöne Unwägbarkeiten. Und danach, also nach Weihnachten, bleibt es eher kühl. Temperaturen um die 0 Grad, also im winterlichen Bereich. Und dazu immer wieder Niederschlagssignale. Und die dürften meist auch im Osten bis ganz runter als Schnee fallen. Aber später, in den ersten Tagen des neuen Jahres, da haben wir schon wieder diese Clusterbildung. Einzelläufe bei über 10 Grad teilweise, aber die sind in der Minderheit. Und wir haben etliche Läufe, gehen runter auf minus 10, teilweise minus 15 Grad in den ersten Januartagen. Da könnte vielleicht sogar der Winter mal so richtig Fahrt aufnehmen. Kurzum gesagt, es bleibt wirklich sehr spannend. Und der Westen relativ ähnlich. Zunächst mal der Wärmeberg hier über die Weihnachtsfeiertage. Dann zum Jahreswechsel. Vermutlich auch im Westen kühler, wenn es nicht wieder die Wintermöhre ist und wieder nach hinten weggeschoben wird. Und dann bleibt es eher kühl bis Anfang Januar. Und wir haben auch im Westen ab und zu mal die Option, dass es Schneeflocken bis in tiefe Lagen geben könnte. Es bleibt also weiterhin spannend. An Weihnachten ist alles drin. Von Frühlingswärme, vor allem im Süden des Landes, bis hin zu Schneechaos irgendwo in Norddeutschland. Es ist eine sehr spannende Wetterlage. Wir bleiben natürlich hier bei Wetternet weiter dran. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wir freuen uns natürlich auch über ein Abo auf unseren Wetterkanal Wetternet auf YouTube. Tschüss und noch einen schönen Dienstag.